Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück am Bergfesttag. Heute mal mit ein bisschen Rocket League. Ja, Rocket League ist ein Spiel. Entweder ich bin vollkommen entspannt oder ich kriege vollkommene Aggression. Warum? Ich spiele es eigentlich meistens einzeln mittlerweile, wobei vielleicht auch das sich wieder ändern wird, je nachdem wie es läuft und wie es die Zeit zulässt. Ja und da kommt es halt dann super, meine Künste an, die total schlecht sind, siehe hier und auch meine Mädkünste an. Oh, sorry, sorry Bruder, oh mein Gott, ja, ich weiß selbst was schlecht war, allem so, sorry, Tommy, es tut mir leid, sorry. Ich hoffe bisher, die FIFA Let's Plays haben euch gefallen, ihr seid soweit zufrieden und ihr hattet Spaß dabei. Jetzt gucken wir mal, wird das gleich wieder, Achtung, zap, zap, so, da klauen wir den. Ja, ich hoffe, die FIFA Let's Plays haben euch soweit gefallen. Ja und jetzt, Backfest-Tag, habe ich mir gedacht, Backfest ist immer gut, um zwei Videos hochzuladen. Ach, scheiße. Ja und wie gesagt, Rocket League ist ein Spiel, entweder ich spiele es vollkommen gelassen und habe überhaupt gar keine Aggression oder das wird mir dann auch wahrscheinlich später leidtun oder wie gesagt, ich kriege vollkommene Aggression und ja, so, so jetzt und man sieht, ich bin auch nicht der Käse in Rocket League. Bäm, nice shot, Digga. Tommy, du bist halt, Tommy, du bist, du bist der Käse. Tommy, ich wusste, du machst, du machst, der macht einen Unterschied aus. Ja, so, DFB-Pokal rückt jetzt auch immer näher, Gott sei Dank oder endlich. Ich freue mich riesig drauf, muss ich echt zugeben. Nach den überraschenden Partien schon von gestern, muss ich ja mittlerweile auch sagen, Paderborn führt 1-0 gegen Dortmund. Ah, nee, ich bekomme gerade mitgeteilt 1-1. Wie scheiße ist das denn? Nein, Spaß. Aber lustig war es. Auf jeden Fall. So, jetzt gucken wir hier, was wir hier reißen. So, der kommt in die Mitte, kommt in die Mitte. Ist er da? Ist er da? Wo ist Tommy? Ah, Tommy schläft. Mann, Tommy, was machst du? Ja, Chili, was machst du? Ich spiele zu Tommy. Und was macht Tommy? Tommy macht's. Äh, machen wir. Oh mein Gott. Oder, ups. Ist sein Leben. Ja, ansonsten. Ja, dieses Spiel, das macht mich verrückt. So. Oh, ist der andere nur noch alleine? Wie schwul ist das denn? Da, Rückpass. Komm Tommy, mach was. Fetzen ab. Okay. Ja, der andere ist noch alleine. Wie nett ist das denn? Ähm, ja. Ziemlich lame Runde. Ah, lala, lala. Zap. Ja, gut. Wenn der nur noch alleine ist, ist ja auch ein bisschen pimmlisch, wenn wir zu zweit aufdenken. Ist ja echt lame. Warum ist denn der nur alleine? Was denn das? Komm, Tommy, mach ihn. Ah, Tommy gönnt sich eine Pause. Recht, er hat auch schon zwei Kisten gemacht. Das war jetzt gemeint von dir. Oh, der ist drin. Halleck mich. Doch nicht. Ha, den Block da. Parade. Ist ja auch kein Problem. Tommy, weg. Tommy, weg. Du hast schon zwei Tore. Wer auch immer Tommy ist. Aber Tommy finde ich sympathisch. Tommy finde ich sympathisch. Der geht mir schon rein, Tommy. Ja, wie lame ist das, dass er jetzt noch alleine ist. Das macht ja gar keinen Spaß. Ich bin halt hier noch ein bisschen rum. Also ihr seht schon meine Rocket League. Skills sind jetzt nicht gerade so die aller, aller, allerbesten. Da gibt es, glaube ich, wesentlich bessere Spieler. So wie German Let's Play, der da regelmäßig rumfliegt in seinen Rocket League-Videos. Wobei, Fliegen habe ich geübt. Wenn der Ball mal hochkommen sollte, zeige ich euch mal, wie ist super ich fliege. Ja, ähm, Sieg durch Aufgabe. Wie schön ist das. Ähm, ja, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns gleich zur nächsten Runde. Bis gleich. So, willkommen zurück zur zweiten Runde. Wir spielen mit Gurken-Glaser. Ah, ho, alles klar. Das kann noch was werden. Gegen JPK und Abed. Oh, der Rest spricht nicht aus. Den Rest lassen wir einfach mal so stehen, wie er da stand. Ich meine, ihr könnt es euch später mal durchlesen. Oder vielleicht lese ich das doch jetzt. A bad mother. Punkt. Sage ich dazu nur. Punkt, Punkt, Punkt. A bad mother. Punkt, Punkt, Punkt. So. Wo ist my mate? Ah, da ist my mate. Oh, oh. Nice. Nice. Nice Geschichte. Digga, nice Geschichte. Zappabooom. Nice. Guter Pass. Danke dir. Ah. Gurken-Glaser hat es doch drauf. Ah, ist. Gurken-Glaser. Ich wusste es. Ah, das ist, das ist mate. Hoffen wir halt, dass die Runde länger hält wie die andere und nicht, dass wieder einer rausgeht. Wie leben wir das denn? Oh, da springt er am Ball vorbei. Oh, da springt er nochmal am Ball vorbei. Wupp, da bin ich. Hör doch auf, was soll denn das? Ah, Gurke, was machst du? Sorry. Ja, dein Sorry bringt mir relativ wenig. Macht aber nichts. Ah, da ist Gurke wieder. Oh, wollen wir uns erstmal wieder 100% Boost? Gurke, was? Gurke. Kuscheln können wir nach dem Video. Ich glaube, da stehen hier die Leute, die sich mein Video angucken, auch nicht so drauf, wenn wir hier die ganze Zeit kuscheln und jetzt auch noch das 1-1 kriegen durch A Bad Mother Pum 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 Pum. Naja, wer sich so nahe raus sucht, der muss aber auch ziemlich, ähm, ja, bezeichnen wir es mal unter nötig. Und, ah, Gurke. Guter Schuss. Ja, Gurke finde ich relativ sympathisch. Auch den Namen, Gurken. Gurken, Klaas. Oh, das finde ich nett. Hat was. Doch, hat echt was. Wie gesagt, ich werde immer noch fleißig auf Kommentare, was ihr mittwochs alles so... Oh Gott, ach Gott, ich bin behindert. Jo, träum weiter. Ja, ich träume auch weiter. Oh, Gurke, ich danke dir. So, weg mit dem Ball. Ah, Gurke. Jawohl. Gurke, geh hin. Saubere Geschichte. Und? Ah, nein. Nein, 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 nein. So, jetzt zu meinem Fliegskillz. Oh, oh. Chili. Ich glaube allerdings nicht, dass ich an diesem Fall dran war, aber... Ja. Ciao. Nee, ich war nicht dran. Schade, aber ihr habt gesehen, wie es super ich geflogen bin, hoffe ich doch. Oh, Mann, ist das schlecht. So, komm, weiter. Weiter, weiter, weiter. Oh, den hat er schon entlang gespielt. Ah, da ist Gurke. Oh, Gurke, mach ihn. Gurke, was machst du? Macht nichts, geblockt. Macht nichts, weiter, 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 weiter. Komm, hast du Gurke. Gurke, was machst du? Gurke, ich bin schon wieder dran vorbeigeflogen. Ja, was mache ich? So, nichts ist. Nein, 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 nein. Komm schon, noch ein Stubber. Gurke, Gurke. Gurke. Was machst du? Gut, guter Pass. Ja, scheiß Schuss. Nein, 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 nein. Ach, Mann. Und schon wieder the bad ass mother. Ah, kacke. Egal, wir führen noch, wir führen noch. 1,55 noch zu spielen. Eigentlich sollte man das locker schaffen. Was mache ich? Was mache ich? Was mache ich? Ich bin so blöd. Ich bin so doof. Ich bin so doof. Ich bin so doof. Ja, du probierst auch in jeder Situation, probierst du zu fliegen. The bad ass mother. Das ist schon ein ausgeklügelter Name. Können Sie gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr vermutet, wie der heißt. The bad ass mother. Ja, Gurke. Nicht so viel guter Schuss schreiben. Spielen, mein Freund, das ist auch nur spielen. Das ist das A und O von Rocket League. Oh, komm schon, Gurke. Oh, schön. Oh, 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 oh. Achtung, der Flugskill. Nein. Also, ihr seht, meine Flugskills, ja, sagen wir mal so, könnte man noch verbessern. Oder ist ausbaufähig. Gurke, Gurke. Gurke, Gurke. Oh, Gurke, nice. Nein, ich bin so dumm. Ich bin so, oh, ich bin so lame. Mann, es tut mir echt leid, dass ihr so eine Scheiße sehen müsst. Oh, Mann. Den muss man doch machen. Ja, am Vorbeihüpfen bin ich ganz großes, bin ich weltklasse. Zapi, ihr habt es verkackt. Noch 30. Nein, Gurke, Gurke, Gurke. Ah, sorry, sorry, Digga, war meiner. Und dann mache ich den auch noch vorbei. Wie schlecht ist das denn? So, komm, Gurke, fahr, 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 fahr. Du hast den Kürzsachenweg. Sauber, Gurke, sauber, 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 sauber. Ich hole mal kurz den Boost. Der Ball muss weit weg bleiben. Oh, ich habe ihn getroffen. Im Flug. Sorry, bin ich gerade so weit. Aber nein, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ah, das tut schon weh. Nein. Och, Mann, echt jetzt. Scheiße. Na ja, 3, 2, 1 und. Möp. Oh, Schweigen ab. Na ja. Was soll man sagen? Einmal gewonnen, einmal verloren. Auch das passiert im Leben. So merkt er wenigstens, dass es alles reale Auflagen sind. Von daher, ich wünsche euch einen schönen Abend. Lasst mir Kommentare da, lasst mir Likes da. Wenn es euch gefallen hat, wenn es euch nicht gefallen hat, lasst mir auch negative Kritik da. Aber Kritik in dem Sinne, dass ich damit auch was anfangen kann. Und hate jetzt nicht nur alles. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend und wir hören uns. Ciao.